Ich habe aus aktuellem Anlass diese Schwergewicht auf Staatsleistungen heute nicht im Programm, sondern aus einem bestimmten Grunde. Frühige Woche am 13. wurde in Köln ein Urteil gefehlt, das die Journalisten von Korrektiv Spotlight hatten, beantragt, dass das Erzbistum Köln seine Kapitalanlagen offenlegen muss, um zu überprüfen, in welchen Wirtschaftsbereichen investiert die katholische Kirche. Und das Gericht hat diese Klage abgewiesen. Das Erzbistum Köln muss weiterhin nichts offenlegen, was die Finanzen anbelangt. Und das ist für mich heute Abend eine Gelegenheit, weil auch BASTA und Staatsleistungen sehr prominent, auch im weiteren Teil dieses Programms auch vertreten werden. Heute mich mit den Finanzberichten des Erzbistums Köln und München etwas mehr zu beschäftigen. Und das hat auch viele heitere Komponente. Denn das eigentliche Thema Kirchenfinanzen ist ja eben doch ein sehr trockenes Thema. Religion wird ja viel aufregender, viel emotionaler. Aber darüber rede ich heute Abend nicht. Aber dieses Kino ist natürlich sehr schön, weil dieses trockene Thema können Sie ausgleichen, indem Sie Ihr Getränk zwischendurch dann nochmal wieder erneuern oder sich einen wirklich trockenen Schluck nehmen. So, jetzt muss ich mal gucken, was kommt als nächstes Jahr genau. Das sind jetzt praktisch meine Themen heute Abend. Übersicht und Erläuterungen zu den Finanzkreisen der Kirchen. Das ist eher etwas sehr Informatives, Aufklärerisches, dass Sie überhaupt wissen, wovon wird überhaupt gesprochen, wenn von Finanzen der Kirchen gesprochen wird. Das Zweite ist dann ein Auszug aus dem Violettbuch, was ja schon angesprochen wurde. Und zwar die Aspekte von religiöser Bildung und Ausbildung und wer die Kosten finanziert. Also nur ein Auszug. Dazu gibt es eine lange Übersicht, die ich auch dabei habe. Auch, glaube ich, eine ausreichende Anzahl. Also wer das möchte, nochmal kann danach, ich lege es hier vorne dann aus oder am Ausgang, sich dann die gesamte Übersicht sozusagen mit nach Hause nehmen. Und das Dritte wird dann sein, die Erläuterungen zum kirchlichen Vermögen. Und vorab ein Werbeblock, damit Sie auch wissen, was ich zum Thema bisher beigetragen habe und warum ich meine, dafür qualifiziert zu sein. Das Erste war dieses Finanzen und Vermögen der Kirchen in Deutschland. Das gilt heute als Standardwerk. Dass es jemand gelungenerweise gewagt hat, den gesamten kirchlichen Finanzraum einmal zu erfassen und mit Tabellen auch dann eben zu belegen. Die großen Verlage wollten das alle nicht verlegen, weil sie sagten, 120 Tabellen, das kauft doch keiner. Sodass der Alibri-Verlag dann in die Bresche gesprungen ist und ein, glaube ich, gut verkauftes Buch hatte. Das Zweite war dann anschließend in der Frage, warum haben die Kirchen immer noch dieses hohe Ansehen, also Caritas und Diakonie in Deutschland, ein kompliziertes Feld, weil alle verschiedenen Einrichtungen im Bereich von Caritas und Diakonie werden unterschiedlichst finanziert durch verschiedene Töpfe und alle Weise. Das ist sehr kompliziert, deshalb auch außerhalb des Fachpublikums nicht bekannt. Dann ein Buch, was sehr viel Spaß gemacht hat mit Michael Schmidt-Salomon zusammen, Kirche im Kopf. Da haben wir einfach mal gesagt, wie viel im Alltag ist eigentlich so, ja, nicht christlich geprägt, aber hat so eine Tradition und sind da viele, viele Begriffe gekommen. Und daraus ist dann auch das Motto bei der religionsfreien Zonen entstanden, Heidenspaß statt Höllenqual. Bei streng christlich gibt es nur Heidenspaß und Heidenslärm, also als Zerstärkung von offensichtlich als negativ empfundenen Elementen. Und das ist natürlich sehr spannend, dass der Spaß, es keinen Christenspaß gibt, sondern ein Heidenspaß. Dann kam das Violett-Buch Kirchenfinanzen, was ja auch schon angesprochen wurde. Und da kann ich auch sagen, das hat mich jetzt sehr gefreut, weil es besteht die Möglichkeit mit Matthias Krause, Sky Daddy, einigen von Ihnen bekannt, dass wir da eine Neuauflage erarbeiten werden. So das wäre dann mein Ausstieg aus dieser Thematik und von Matthias der Einstieg sozusagen als mein Nachfolger. Das würde mir großen Spaß machen. Wir klären das nächste Woche mal ab. Aber das sieht zurzeit ganz gut aus. Dann im Grunde mit Christoph Baumgarten zusammen Gottes Werk und unser Beitrag. Die ganze Frage der Kirchenfinanzierung in Österreich. Hat sich in Österreich sehr gut verkauft. Und die katholische Kirche hat eine Million Flugblätter gedruckt, um beim Volksbegehren gegen diese Kirchenprivilegien Stimmung für die Kirchen zu machen. Und das Letzte ist dann eben das neueste, Kirchenrepublik Deutschland, wo ich, glaube ich, den kirchlichen Lobbyismus mal versucht habe zu erfassen. Und das in verschiedenen Dimensionen, auch in einer Deutschlandreise, also nicht nur in Berlin, sondern auch gerade in den Landeshauptstädten, erläutert habe, denn die Bundestagsabgeordneten, mit denen ich sprach, sagten, wir gucken nicht immer nach Berlin, die eigentliche Politik wird in den Ländern gemacht. Und die Wahlkreise, die definieren, wer auch in den Bundestag geht. Deshalb schaut in die Wahlkreise, dort wird die eigentliche Politik gemacht. Und dort haben die Kirchen auch Einfluss in den Regionen. So, jetzt muss ich gucken, wann das Nächste kommt. Ah ja, dann habe ich noch für den humanistischen Pressedienst auch, glaube ich, ein paar grundlegende Artikel schreiben können. 37 Fragen und 37 Antworten von mir. Da ist auch, glaube ich, nichts zu zu sagen. Das ist sehr, sehr umfangreich. Oder auch diese 4,4 Milliarden Euro per Peinlichkeit. Weil die Kirchen haben an ein Gutachten im Bundestag abgeliefert, dass sie einen Kulturbeitrag leisten würden im Umfang von 4,4 Milliarden Euro. Und auch das musste dann mal erklärt werden, was daran stimmt und was daran nicht stimmt. Also es stimmt einfach nicht. Es ist von einem eigenartigen Experten zusammengetragen worden. Und es hat mich zwei Jahre gekostet, dass diese Peinlichkeit von den Bischöfen nicht mehr erwähnt wird. Weil sie ist haltlos. So gut. Historische Dimension jetzt auch von mir. Was hat der römische Philosoph Seneca gesagt? Religion gilt dem gemeinen Mann als wahr, dem Weisen als falsch und dem Herrschenden als nützlich. Seitdem ich dieses Zitat im Violettbuch als ersten Teil hatte, bin ich für Herrn Begrich, den Finanzdezernenten der EKD, ein Verfassungsfeind. Und was sagte unser wertausgeschätzter Johann Wolfgang Goethe? Die hohe, reichdurchierte Geistlichkeit fürchtet nichts mehr als die Aufklärung der unteren Massen. So, jetzt zum Teil 1. Die Erläuterung zu den fünf Finanzräumen der Kirche. Wenn über die Finanzen der Kirchen gesprochen wird, geht manchmal einiges durcheinander. Und deshalb zum besseren Verständnis und Einstiegs die Unterschiede und Eigenarten der verschiedenen Finanzräume. Erstens, die verfasste Kirche. Und ich muss jetzt noch mal kurz erläutern, diese Zahlen sind alle zwischen fünf und zehn Jahren alt, weil es ist eine große, große, mühsame Aufgabe, diese Zahlen alle zu erheben. Und die Kirchen, wie soll man sagen, Gottes Mühlen malen langsam. Diese Zahlen verändern sich graduell, aber nicht im Grundsatz sehr. Und deshalb ist es also kein Problem, diese auch schon etwas älteren Zahlen jetzt noch mal zu verwenden, weil sie in den Größenordnungen immer in der gleichen Größenordnung bleiben. So, das ist der innere Rechnungskreis der Kirchen, dessen wichtigste Einnahmequelle die Kirchensteuern sind. Und das bedeutet eine Größenordnung von rund 15 Milliarden Euro. Und wie das steigert, sehen Sie, dass es heute im Grunde eine Größenordnung von 19 Milliarden Euro sind, weil die Kirchensteuern selber sind mittlerweile auf über 12,5 Milliarden Euro angestiegen. Das Zweite ist dann der Bereich Caritas Diakonie, ist ein Finanzvolumen von 45 Milliarden Euro, von denen die Kirchen knapp 2 Prozent, exakt 1,8 Prozent finanzieren. Alles andere von Caritas Diakonie wird durch Krankenkassen, Sozialversicherungsträger, Eigenbeiträge der Kranken, durch staatliche Zuschüsse und staatliche Investitionen finanziert. Und das hat natürlich auch einen Hintergrund, weil wir haben halt von Vorwärts aus, jetzt auch vor ein paar Jahren, eine Umfrage gestellt, weil Herbert Steffen sagte, ich höre immer, die Kirchen tun doch so viel Gutes. Und deshalb bleibe ich bei den Kirchen. Da ist ja meine Kirchensteuer gut angelegt. Und wenn die Menschen dieses Ergebnis wissen würden, dass die Kirchen nur 1,8 Prozent der Kosten von Caritas Diakonie finanzieren, was bedeutet das eigentlich? Und da hat Forse, hat 1.000 Kirchenmitglieder repräsentativ befragt. Und die Frage war, was wäre, wenn die Kirchen nur wenig oder fast gar nichts ihrer sozialen Einrichtungen aus Kirchensteuermitteln finanzieren? Und 47 Prozent der Kirchenmitglieder sagten, das wäre für mich ein Grund, aus der Kirche auszutreten, wenn das so wäre. Und je jünger die Befragten waren, da waren das sogar 70 Prozent, die sagten, wenn das so wäre, da so wenig von den Kirchensteuern in die Sozialeinrichtungen geht und in die Wohlfahrtspflege, dann würde ich aus der Kirche austreten. Das Dritte sind jetzt die staatlichen Zuwendungen, und zwar zugunsten der Kirchen, ihrer Einrichtungen und Mitglieder. Das sind die Konfessionsschulen, die Kitas, der Religionsunterricht, die Staatsleistungen, Ausbildung des Nachwuchs, Militärseelsorge, Bauzuschüsse, Denkmalpflege, Katholikentage. Das hatte aus 2009, also vor jetzt genau zehn Jahren, ein Volumen von rund 19 Milliarden Euro. Da gehe ich nachher im zweiten Teil auch etwas genauer ein, für den Bildungsbereich, fünf Beispiele. Der dritte Bereich ist die Wirtschaft im Raum der Kirchen. Und das gibt den Satz, von der Wiege bis zur Ware, christliche Talare. Sie werden in einem kirchlichen Krankenhaus geboren, gehen dann in eine kirchliche Kita, gehen dann an eine Konfessionsschule, machen eine Lehre in einem kirchlichen Betrieb oder studieren an der katholischen Universität Eichstätt oder an kirchlichen Fachhochschulen, von denen es viele gibt. Dann arbeiten Sie in einem der vielen kirchlichen Unternehmen. In der Freizeit trinken Sie Bischofsbräu und Bischofswein, fahren in Urlaube mit biblischen Reisen oder Familienferienstätten. Und wenn Sie krank werden, gehen Sie ins kirchliche Krankenhaus. Und wenn Sie dann noch kränker werden, in eine kirchliche Sonnspied. Und beerdigt werden Sie im Gottesacker auf dem kirchlichen Friedhof. Und das ist ein Bereich der Medienunternehmen, unterfasst Baufirmen, Siedlungswerke, Kirchenbanken, Handelsunternehmen, Touristik, Hotels und Gewerbe etc. Und es hat ein Volumen von rund 50 Milliarden Euro. Und zum Schluss nochmal der Graubereich, das ist aber auch so etwas als grauer Stern, der so aufflackert manchmal. Nach meiner Berechnung und Schätzung setzt sich dieses Vermögen für beide Kirchen zusammen aus Kapitalvermögen rund 150 Milliarden Euro, Grundbesitz und Immobilien, da kommen wir nachher nochmal genauer drauf, auf 250 Milliarden Euro und Ordensgesellschaften und Stiftungen mit 35 Milliarden Euro. Und bestätigt sind diese Schätzungen inzwischen durch die Bärenberg Bank, deren Analysten auch inzwischen davon ausgehen, dass im kirchlichen Bereich eine Vermögensgrößenordnung zwischen 300 bis 400 Milliarden Euro vorhanden sind. Denn das ist auch für die Banken inzwischen ein sehr interessanter Bereich geworden, der Vermögensverwaltung dort mit den Kirchen ins Geschäft zu kommen. Und zusammenfassend lässt sich so feststellen, wenn man das mal zusammenrechnet, diese Positionen sind es 129 Milliarden Euro und ein Jahresvolumen, was im Raum der Kirchen wirtschaftlich pekunär passiert. Und als Vergleichsgrößenordnung nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie in Deutschland beläuft sich der Inlandsumsatz aller deutscher Automobilhersteller und der Zulieferungsindustrie im Jahr 2013 auf 127 Milliarden Euro. Bei der Automobilindustrie wissen wir alle, das ist der Motor der deutschen Wirtschaft und der Maschinenbau. Bei den Kirchen ist das weitgehend unbekannt. Dazu allerdings auch gleich ein Wort. Wenn gelegentlich vom Konzern Kirche gesprochen wird, so ist das nicht richtig, weil Konzern würde eine einheitliche Übersicht oder Steuerung bei aller wirtschaftlichen Aktivitäten bedeuten. Das ist bei den Kirchen nicht der Fall. Alle Bistümer, alle Landeskirchen sind da sehr eigen, was die Verwaltung ihres eigenen Bereiches anbelangt. Da gibt es keine zentrale Steuerung, die den Begriff Konzern zutreffend oder korrekt erscheinen ließe. Es gibt allerdings keine zusammenfassenden Finanzübersichten von Seiten der Kirchen. Und was kircheneigene Veröffentlichungen anbelangt, dazu kann ich nur sagen, Vorsicht, Haushaltspläne. Ich habe mal die Struktur von Haushaltsplänen hier jetzt für die katholische Kirche dargestellt. Und da sieht man, welches Geld kommt von woher und fließt wohin. Und dann nehmen wir mal drei Bereiche. Das hier oben ist berührt mit dem bischöflichen Stuhl. Das ist eine Sondereinrichtung der katholischen Kirche, weil als die Kirchensteuer eingeführt wurde, wurden dann die Kirchengemeinden und bis zu den Bistümerlandeskirchen verpflichtet, nach preußischem Prinzip, wer ein Mittel bekommt, muss über deren Verwendung auch Rechenschaft ablegen, eben an die Kontrollgremien in den Pfarrgemeindenräten und auch in den Diözesen Kirchensteuerräte zu installieren. Und dafür hat man für alle Beteiligungen, wo man nicht wollte, dass die Öffentlichkeit da hineinschaut, hat man die bischöflichen Stühle kreiert und ein Großteil der Wirtschaftsbeteiligungen der katholischen Kirche liegen bei diesen bischöflichen Stühlen. Weil die sind zur Publizität nicht verpflichtet. Das zweite Bereich wäre hier der ganze Bereich mit Hilfswerken, Missionswerken, Entwicklungshilfe, Konfessionsschulen, Kitas, theologische Fakultäten, Kirchentage, Katholikentage, wo also vornehmlich dann wirklich staatliche Steuergelder hineinfließen, was auch in keinem kirchlichen Haushalt in der Form auftaucht, weil jede Rechtsträger, und es gibt 50.000 Rechtsträger in Deutschland, weil jede Kirchengemeinde ist ein eigener Rechtsträger, seinen eigenen Haushaltsplan veröffentlicht. Und das dritte ist dann der Bereich, den wir schon angesprochen hatten, Caritas wird völlig unabhängig von den Kirchen, eben nur diese 1,8% finanziert. Und deshalb, was eigentlich dann im Haushalt abgebildet wird, da sehen Sie in den, wo eigentlich, genau, an den Kirchengemeinden, da geht was rein, Kollekten, Sammlungen, Spenden, dann die Kirchensteuern werden aufbereitet, im Grunde, die Özesanhaus, der Kirchengemeinde aufbereitet, das ist das finde ich sehr. Also ein Großteil des ganzen Finanzvolumens findet außerhalb, da geht der kirchlichen Finanzierung statt, und der Generalvikar des Erzbistums Köln hat das mal in einem Aufsatz veröffentlicht, wie viele, der von den Kirchen beschäftigten Personen werden von der Kirche bezahlt und da kam zu dem nachgewiesenen Ergebnis und wer weiß das besser als ein Generalvikar des Erzbistums auf 12% der Beschäftigten, die tatsächlich im kirchlichen Dienst zwar arbeiten, aber dann wirklich tatsächlich von der Kirche finanziert werden. So, jetzt kommen wir zum Teil 2, Steuergelder für religiöse Bildung und Ausbildung. Das ist jetzt ein Ausschnitt, wo ich aus dem Violettbuch beispielhaft nur die Aspekte von religiöser Bildung und Ausbildung eingehen werde und wer die Kosten finanziert. Dazu habe ich ein paar Zahlen vorbereitet, die jeweils auf einem A4-Blatt verteilt worden sind. Es sind fünf Blätter, die sich hier jetzt im Publikum befinden. Ich bin gespannt, wo sie dann auftauchen werden. Denn ich werde dann immer, wenn ich das erörtert habe, worum es geht, fragen, was meinen Sie, wie viel aus Steuergeldern fließen in diesem Bereich? Und die fünf Zuhörer, die dann so ein Blatt haben, müssen da drauf gucken und wenn sie meinen, es ist ihre Zahl, hochhalten und sagen und dann sehen wir, ob es richtig war oder nicht. So, fangen wir an. Das erste Thema, da muss ich zurückgehen, da war ja schon die Zahl. Kommen wir als erstes zu einem Thema, das Verfassungsrang hat im Religionsunterricht. Der Religionsunterricht ist der einzige Bereich, in dem das Grundgesetz eine Kooperation von Staat und Kirchen vorsieht, eine der sogenannten Rehs Mixta und wo der Staat eine Finanzierungsverpflichtung übernommen hat. Religionsunterricht ist ein teures Fach, da die Klassengrößen kleiner sind als in den normalen Unterrichtsfächern und wie teuer kommt es nun den Steuerzahler zu stehen, dass der Staat diese Zahlungsverpflichtung für den Religionsunterricht zu erfüllen hat. Frage jetzt an Sie, wer hat die richtige Zahl? Wunderbar, Sie haben schon gesehen, Sie sind hier mit dieser wunderbaren Zahl auch von Jack Tilley oder haben Sie es vorher auch schon gewusst? Selbst geahnt, gut, alles wunderbar. Das ist auch die korrekte Zahl und 1,7 Milliarden ist hoffentlich glaube ich etwas mehr als was der Weihbischof Jaschka aus Hamburg sagte, das sind doch Peanuts. So, das zweite, Religionslehre auszubilden ist nun auch eine staatlich zu finanzende Aufgabe, denn wenn ein Religionsunterricht gefördert werden muss, dann auch die Religionslehre ausbildung. Aber über dieses Verfassungsgebot hinaus sind dann in den Staat Kircheverträgen und Konkordaten theologische Fakultäten an den Universitäten vereinbart worden, deren Lehr- und Forschungsaufgaben weit über die Ausbildung von Religionslehrern hinausgeht. Auf Staatskosten werden dort auch Theologen für den innerkirchlichen Bereich ausgebildet. Und das ist insofern auch ungewöhnlich, weil die Industriefirmen zahlen ja Steuergelder an den Staat. Und dafür übernimmt der Staat mit den betriebswirtschaftlichen Fakultäten und alles, was so für die Industriellen wichtig ist, an Ingenieurausbildung, IT-Ausbildung und so weiter, um dann im Grunde der Wirtschaft diese Ausbildung sozusagen staatlicher Seite wieder dann zurück zu vergüten. Die Kirchen zahlen keine Steuern. Deshalb ist das eine sehr einseitige Leistung, die der Staat da bringt, weil die Kirchen kein pauschales Entgelt sozusagen an den Staat abführen würden, mit dem dann auch diese Ausbildung zu finanzieren wäre. Es gibt an den Universitäten in Deutschland rund 16.000 Studierende der evangelischen und katholischen Theologie. Und dafür wird ein Lehrpersonal von 1.700 Frauen und Männern benötigt, von denen 719 Professorinnen und Professoren der Theologie sind. Oh ja, da steht schon wieder auf meine Erschaltung rumgedrückt. Und das kosten also dann die theologischen Fakultäten, die Fachhochschulen, die Kirchenmusik, die theologische Forschung 510 Millionen Euro. Also ein kleinerer Betrag, aber immerhin auch ein dreistelliger Millionenbetrag. Dieses Prinzip der religiösen Indoktrination des Nachwuchses auf Staatskosten zeigt sich auch insbesondere bei den Kindertagesstätten und den Konfessionsschulen. Die kirchlichen Kindertagesstätten sind, ich zitiere, die wichtigsten institutionellen Orte christlicher Elementarbildung. So der seinerzeitige Ratsvorsitzende der EKD, Bischof Prof. Dr. Wolfgang Huber. Und eines, so Huber, ist besonders wichtig. Ich zitiere, in kirchlichen Kindertagesstätten finden sich regelmäßig ungetaufte Kinder, Kinder aus anderen Religionen oder auch aus dezidiert säkularen Familien. Das heißt, es bieten sich missionarische Chancen für die christlichen Kindertagesstätten. Indem sie ungetauften Kindern inspirierende Erlebnisse mit dem Bildungsmaterial des christlichen Glaubens ermöglichen, laden sie auf menschenfreundliche und unaufdringliche Weise ein zum Glauben an Jesus Christus. Zitat Ende. Was wäre denn eine menschenunfreundliche und aufdringliche Weise, die Kinder dazu einzuladen? Von den 50.300 Kitas in Deutschland befinden sich 17.700 in kirchlicher Trägerschaft, also rund ein Drittel, 36 Prozent. In ihnen werden 1,1 Millionen Kinder religiös erzogen und lernen Bibelgeschichten, religiöse Kinderlieder und beten. Was ist uns das nun wert? Da sehen Sie, die Zahl ist immerhin erkleckliche 3,9 Milliarden Euro, die der deutsche Staat in konfessionelle Kindertagesstätten investiert. Und was den kleinsten Recht ist, soll den größeren nicht billig sein und so betrachten wir nun die Konfessionsschulen. In Deutschland kann man staatlich genehmigte und weitestgehend finanzierte private Ersatzschulen gründen, wenn entweder ein besonderer pädagogischer Bedarf nachgewiesen wird oder wenn man eine Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft ist. Der besondere pädagogische Bedarf kann genehmigt werden, die konfessionellen Schulen müssen genehmigt werden. In ganz Deutschland sind zurzeit rund 8% der Schulen anerkannte private Ersatzschulen, von denen sich rund die Hälfte in konfessioneller Trägerschaft befinden. NRW und Niedersachsen spielen dabei eine besondere Rolle, da in diesen beiden Bundesländern die Konfessionsschulen keine Privatschulen, sondern staatliche Schulen sind. Die evangelischen und katholischen Privatschulen besuchen derzeit in Deutschland rund 520.000 Kinder und Jugendliche. Durch die Auswahl nach Religionszugehörigkeit und dem zu zahlenden Schulgeld sind zwei Filter gesetzt, um diese Schulen weitestgehend frei von Kindern aus der Unterschicht und ohne Migrantenkinder zu erhalten. Das schließe ich immer in den FISA-Studien da, wo diese Schulen immer bessere Werte haben als die normalstaatlichen Schulen und was die Kirche natürlich verkauft, als sie haben das bessere Bildungsangebot. Es ist einfach eine soziale Selektion, die auch von Mittelschichten bevorzugt wird, egal ob sie religiös sind oder nicht, weil sie sagen, dort wird mein Kind besser ausgebildet, ohne Arbeiterkinder, ohne Migrantenkinder. Und wieder ist dann die Frage, was ist uns das pro Jahr wert? Es sind 2,3 Milliarden Euro, die für christliche Konfessionsschulen ausgegeben werden. Und wenn wir das mal zusammenfassen, dann sehen wir die Kitas 3,9 Milliarden, die Konfessionsschulen 2,3 Milliarden, Religionsunterricht 1,7 Milliarden, Ausbildung des Nachwuchses 0,5 Milliarden, sind zusammen 8,4 Milliarden Euro, die nur für den Bildungsbereich aus Steuergeldern zugunsten der Kirchen finanziert werden. Ihnen schwirren jetzt vermutlich von ein paar Zahlen schon wieder der Kopf und so will ich jetzt den Sack zubinden. Die einzelnen Zahlen, wie gesagt, finden Sie hier auf dieser Übersicht, die Sie nachher mitnehmen können und zu Hause sich in Ruhe anschauen können. Und in der Zusammenfassung der staatlichen Zuwendungen an die beiden großen Religionsgesellschaften ihrer Einrichtungen und Mitglieder wurden 2009 insgesamt aufgewendet, 19,4 Milliarden Euro. Das sind allerdings nur die laufenden Zuschüsse und Subventionen, die immerhin bereits zweimal so hoch sind wie die Kirchensteuern selber. Und deshalb ein etwas bitteres Wort, wenn Sie aus der Kirche austreten und meinen, nun zahlen Sie keine Kirchensteuern mehr und sind von der Kirche befreit, dann kann ich nur sagen, Irrtum, diese 19,3 Milliarden, die aus allgemeinen Steuergeldern finanziert werden, zahlt eben jeder Steuerbürger, also wenn Sie berufstätig sind, Steuern zahlen, zahlen auch Sie für kirchliche Einrichtungen Ihren Anteil für diesen Bereich. Und noch eine Ergänzung, für die religiöse Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen werden ja diese 8,4 Milliarden ausgegeben. Insgesamt arbeiten im kirchlichen Bereich nach den Statistiken 1,2 Millionen Beschäftigte. Das ist die Mindestzahl, es ist wahrscheinlich sogar im Bildungsfinanzbericht 2008 sind die Kosten der Ausbildung für verschiedene Abschlüsse berechnet worden. Was kostet also wirklich die Ausbildung, Schule, Lehre und so für ein bestimmtes Berufsbild? Und legt man für die mittleren Ausbildungskosten zugrunde sechs Jahre Realschule, drei Jahre duale Ausbildung, ein Jahr Fachoberschule und 4,7 Jahre Fachhochschuldiplom, so kostet das 120.600 Euro. Diese junge Frau, diesen jungen Mann auszubilden zu seinem Abschluss 120.600. Nach heutigen Kosten hat die deutsche Gesellschaft damit den Kirchen einen Aufwand zur Verfügung gestellt, er sich auf, hat jemand das im Kopf überschlagen, 1,2 Millionen Beschäftigte mal 120.600 Euro, der sich auf 150 Milliarden Euro beläuft. Und da die Kirchen keine Steuern zahlen, haben sie sich nicht wie andere Unternehmen an den Ausbildungskosten ihrer Mitarbeiter beteiligt. So großzügig ist der deutsche Staat. Insofern ist die Kirche, vor allem in Deutschland, die beste Geschäftsidee aller Zeiten. So, jetzt kommen wir zum Teil 3, wie angekündigt. Das ist jetzt die Anmerkungen zum kirchlichen Vermögen. Und ich zeige Ihnen als erstes, ich hoffe, die Folie ist richtig, diese Karikatur Fotomontage. Sie erinnern sich noch vielleicht, es war der Herbst 2013 und in der Wanne sitzt der damalige Bischof von Limburg, Heberst von Elst. Und das war damals ein riesiger Finanzskandal und es ging darum, dass er sich in Limburg ein großes Bauobjekt hatte und alles verheimlichte und nichts erzählen wollte und er hat sich dann mit dem Spiegeljournalisten Peter Wendierski angelegt und das sollte man nicht tun, denn Peter Wendierski ist ein liberaler Katholik und wenn er etwas nicht mag, dann sind es diese Bischöfe wie Heberst von Elst. Und er hat sie dann drangesetzt und der Spiegel hatte dann dieses Bild, das ist das gesamte Bauerwerk und drunter, so sieht der Prunkbau des Bischofs heute aus. Prunkbau. Wenn man genau hinschaut, dann ist das hier als erstes ein Gesprächungsraum, als zweites die Kapelle und als drittes der Eingangsbereich alles nobel, keine Frage, aber Prunk und Protz sehe ich daran eigentlich nicht. Er hat einen etwas besseren Geschmack, aber Billionäre in der bischöflichen Stuhl in Limburg hat ein Vermögen von rund hunderten Millionen Euro, da kauft man nicht bei Ikea ein. Und dann die Frage Bischofs Residenz, es sind immerhin acht verschiedene Objekte, erstens die Büroräume des Bischofs unter links, dann die Schwesternunterkünfte, der Empfangs- und Konferenzbereich, das Atrium, die Privatkapelle, die eigene bischöfliche Wohnung, das Diözesalmuseum und der Privatpark. Das Ganze nennt sich Diözesanes Zentrum St. Nikolaus. Das heißt, diese 31 Millionen, oder 30 Millionen abgekürzt, die dort für aufgewendet worden sind, waren für acht verschiedene Bauobjekte und nicht für die Privatresidenz eines Bischofs. Also wird das medial hochgekocht und eigentlich am entscheidendsten hochgekocht, wurde es der Stein des Anstoßes, diese Wanne, das war die berühmte Päckige Show, 30.000 Euro Wanne des Bischofs. Daran konnten sich die Einfache Demüte auch festhalten, dass diese Wanne angeblich 30.000 Euro gekostet haben soll, was nicht stimmt. Das gesamte Badezimmer hat 30.000 Euro gekostet. Und die Wanne war auch exklusiv, war auch nicht gerade billig, aber da konnte sich dann wirklich alles. Und das war eine Medienanfrage, das ging von der Bild-Zeitung bis zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die alle Aufpäcke in die Katholische Kirche und diesen Themas von Els eingeprügelt haben. Das war ein Shitstorm in den Medien, der unglaublich war. Und da muss man einfach schlicht sagen, die Vorwürfe, die dem Themas von Els gemacht wurden, stimmen für Fachleute gesehen so gut wie in keinem Punkt. Das war wirklich diese Erpörung über diese Badewanne, die die Volksseele hochkochen lassen, denn damit konnte man was anfangen. Und wenn man das mal vergleicht, diese 31 Millionen, die da in Limburg für acht Objekte aufgewendet worden sind, hier zum Beispiel mit dem Ordinariatsbau, Neubau des Bistums Rottenburg-Stuttgart, hat gekostet 39 Milliarden Euro. Entschuldigung, Millionen ja. Und das ist dieser ganze Bereich, der dort gebaut worden ist, den Sie so hell sehen und der sich auch an der Straßenfront entlang zieht, also ein großer Bau, teurer als in Limburg die acht Projekte. Oder ebenfalls im Zeitvergleich das Ordinariat Ärztbistum München, das ist der mit dem rot gekennzeichnete Bereich, Kaufpreis 86 Millionen, Umbau und Ausbau bei 44 Millionen, insgesamt 130 Millionen. Also das mehr als Vierfache von dem, was in Limburg war, aber alles haushaltsrechtlich sauber beantragt, geplant, genehmigt, durchgesehen, freigegeben und eben nicht diese versteckten Einzelpäckisten, wie sie in Limburg gemacht worden sind. Und was mir dabei zudem auffiel war, dass ein Thema gar nicht thematisiert wurde, und zwar die Verteilung der Vermögen innerhalb der Kirche. Für die Gesellschaft wird das immer größere Auseinanderklassen zwischen Arm und Reich benannt, für die Kirchen aber nicht. Und der Gegensatz zwischen armen Kirchengemeinden und reichen Bistümer Landeskirchen ist aber dort genauso vorhanden. Als der Dompropst des Kölner Doms und Vorsitzende des Domkapitels Norbert Feldhoff gefragt wurde, ob es stimmt ist, dass das Domkapitel ein eigener Rechtsträger, denn der Kölner Dom gehört sich selbst, nicht der katholischen Kirche, sondern sich selbst, und das Domkapitel mit dem Vorsitzenden des Dompropstes nimmt die Rechte des Kölner Doms als Organ wahr. Er wurde gefragt, stimmt es, dass das Domkapitel ein Vermögen von rund drei Milliarden Euro habe, sagte Feldhoff, das ist eine Zahl, die mich nicht umhaut. Jetzt müssen wir mal gucken, was da war. Das ist jetzt eine Übersicht über die Finanzberichte, die ab 2003 veröffentlicht wurden, denn diese ganze Teberz-Von-El-Skandal hat die Bistümer veranlasst, gezwungen, in die Offensive zu gehen und zum ersten Mal Finanzberichte vorzulegen. Und Sie sehen, die katholischen Bistümer. Paderborn hat gesagt, wir haben 4,2 Milliarden Euro Vermögen, Köln sagt, wir haben 3,5 Milliarden Euro, München-Freising 3,3 Milliarden Euro, aber die evangelischen Landeskirchen sind nicht unvermögend, Württemberg nennt zum Beispiel 4,6 Milliarden Euro und Bayern 3,5 Milliarden Euro. Und summa summarum, wenn man diese Zahlen, die dort veröffentlicht worden sind, zusammenrechnet, so sind das, ich habe es mal da unten gemacht, katholische Bistümer 20,4 Milliarden, Landeskirchen 12,5 Milliarden, so sind es rund 33 Milliarden Euro, die nur in diesen Finanzberichten der Bistümer und Landeskirchen genannt sind. Und das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt, die Finanzberichte nennen nur das, wofür das Bistum oder die Landeskirche selber Rechtsträger ist. Der Grundbesitz zum Beispiel ist so gut wie über oder ausschließlich im Besitz der Kirchen Gemeinden, nicht im Besitz der Bistümer und Landeskirchen. Die haben an Gebäuden haben normalerweise die Bistümer und Landeskirchen ein Priesterseminar, vielleicht noch ein Tagungshaus oder Zweitagungshäuser und dann wird es schon sehr enge oder knappe und alles andere wird dann gar nicht mehr genannt. Es fehlen also die Laienorganisationen, die Kirchengemeinden, die Ordensgemeinschaften, die sehr vermögend sind und so weiter und so weiter. Und innerhalb dieser Finanzberichte nehmen die Immobilien eine besondere Rolle ein und dazu eine Meldung aus den Tebertswochen beschreibt das Erzbistum Köln. Der erzbischöfliche Stuhl in Köln umfasste 2012 ein Vermögen von 166,2 Millionen Euro. Davon sind nach Angaben der Erzdiözese 15,4 Millionen Euro Beteiligungen im Sitz im Bereich der Wohnungswirtschaft der übrigen Teil Immobilien. Aus diesem Vermögen wurden im Jahr 2012 9,6 Millionen Erträge erzielt. Die Erträge sind in die Bistumshaushalt eingeflossen und werden dort ausgewiesen. Konkret genannt 15,4 Millionen. Worauf bezieht sich diese Zahl? Es bezieht sich auf die Zahl der Stammeinlage des Erzbistums Köln an der Aachener gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft. Da sehen Sie es 15,359 070 Euro der Stammeinlage des erzbistumsstuhls in Köln. Dann kommen noch die anderen Eigner der Aachener gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft. Sie sehen es hier aufgelistet. Das ist dann also und Köln hat dort, also der erzbistungsstuhl hat dort 41,5 Prozent der Stammeinlage. Und das heißt, es wird nicht der übliche Marktpreis genannt, sondern die bilanzierten Immobilienwerte nach den Vorgaben des Handelsgesetzbuches entsprechen selten den Waren, Markt oder sonstigen Werten der Immobilien. Die meisten kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland bilanzieren die Immobilien nach den Vorgaben des Handelsgesetzbuches. Und die Bilanzierung nach dem HGB ist jedoch durch Vorsichtsprinzip, Niederswertprinzip und die Kapitalerhaltung geprägt. Die Immobilienwerte Grund- und Bodengebäude eines Unternehmens werden in der HGB-Bilanz deshalb maximal in der Höhe der Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten bilanziert, nicht nach Markwert. Und in den Folgejahren erfolgt dann eine lineare Abschreibung der Gebäudeherstellungskosten. Der Bodenwert wird ohne Abschreibung fortgeführt. Das heißt, jetzt für die ASW heißt das, die Wohnungen aus Bestand hatten eine mittlere Größe von 68.000 Quadratmeter. Der Quadratmeterpreis lag bei durchschnittlich 1.642 Euro und der Markwert bei 111.656 Euro. Also relativ einfache Wohnungen Wohnungen Und wenn man jetzt mal die 23.000 Wohnungen im Besitz der ASW hochrechnet, dann ist das ein Marktwert von 2,57 Milliarden Euro. Alles Wohnungen, also keine Kirchen, keine liturgischen Gebäude, alles normaler Besitz. Und das heißt, wenn wir das jetzt umrechnen auf das kapitalisierbare Immobilienvermögen aus dem Bestand nur der Aachener ASW, dann hat der erztwischen Stuhl einen Anteil von 1,079 Millionen Euro, das heißt 1,1 Milliarden Euro ist der wahre Marktpreis sozusagen der Immobilien und dann sehen Sie die anderen Anteile, was die tatsächlich als Kapitalwert, als Vermögenswert bedeuten. Und das heißt, wenn im Grunde angegeben wird 15,4 Millionen, das ist eine HGB vorgesehen, eben die Stammeinlage, dann ist der tatsächliche Marktwert für den erztwischen Stuhl 1,1 Milliarden und das heißt, der Marktwert ist um das 70-fache höher, als es vom Erztwistum angegeben wird. Das ist doch eine deutliche Differenz. Weil Immobilien haben die Eigenart, dass sie linear abgeschrieben werden und nach 30 beziehungsweise 40 Jahren nur noch mit dem Erinnerungswert von einem Euro in der Bilanz auftauchen. Das heißt, weil er steht auf 26 Grundstücken a 1 Euro plus der Dom selber mit einem Euro macht zusammen die Summe 27 Euro. Ja. Und wenn man die Kirche fragt, wir wollen ja auch nicht verkaufen, warum sollen wir das Ding bewerten? Gut. Und jetzt gibt es Übersichten für das Erztwistum Köln über die Gebäude. Und da wird gesagt, 49% sind Schulen, das ist also die Hälfte der Immobilien sind Schulen, die das Erztwistum besitzt. 21% seien tägliche Gebäude, 13% Tagungshäuser, 14% Wohn- und Geschäftsimmobilien und 3% Erbbaugrundstücke und sonstige Liegenschaften. Das ist so die Übersicht, die da ist. Und das gucken wir uns mal genauer an. Und dann schreiben Sie auch noch als Beschränkung, die Nutzung der Gebäude und Grundstücke hat wesentlichen Einfluss auf den Immobilienwert und sie bestimmt die Methode der Bewertung. Eine Kirche ist anders zu bewerten als eine Schule oder ein vermietetes Wohngebäude. Und dann heißt es, der weitaus größte Teil der Immobilien des Erztwistums bringt keinen wirtschaftlichen Ertrag. Etwa ein Sechstel des Immobilienbestandes ist ein dritter vermiet und erzielt damit laufende Erträge. Sie erfüllen als Einnahmequellen die langfristigen Erfüllung des Aufgaben des Erdwistums. Und jetzt gucken wir uns mal die Immobilien konkret an, was das heißt. Es sind 31 Schulen und wenn man jetzt umrechnet, was dort angegeben wird, welchen Vermögenswert die darstellen, dann kostet jede Schule im Durchschnitt oder hat einen Durchschnittswert von 9,7 Millionen. Die 26 kirchlichen Gebäude haben dann einen Durchschnittswert von 5 Millionen. Die sechs Tagungshäuser haben einen Wert von 12,8 Millionen. Die 277 Wohn- und Geschäftsimmobilien haben einen Durchschnittswert von 310.000 Euro. Und die Erbbaugrundstücke und sonstigen Liegenschaften weiß man nicht. Das sind insgesamt, also sind das 612 Millionen Euro an Vermögens Vermögenswert über die Immobilien. Jetzt gucken wir uns mal als erstes die 31 Schulen an. Das ist ein Gesamtvermögenswert von 3,2 Millionen Euro. Das heißt pro Schule durchschnittlich von 9,7 Millionen Euro. Da gucken wir uns mal so ein paar Schulen an. Jeder hat einen Vermögenswert von 9,7 Millionen Euro. Das sind ganz schön große Brocken diese Schulen. Oder hier das gesamte Areal da unten ist die Schule. Oder oben die Schule St. Josef in Honnef unten das erztbischöfliche Berufskolleg. Alle die werden mit durchschnittlich 9,7 Millionen Euro als Vermögenswert dargestellt. Jetzt kommen wir zum zweiten kirchlichen Gebäude, das sogenannte Domforum. Wenn man Köln weiß, es steht auf der Domplatte direkt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kölner Dom. Ist 1992 für 79 Millionen D-Mark gekauft worden und der Besitzer ist die BRD Domkloster Kolonie BV in Amsterdam. Und deshalb ist es kein kirchliches Vermögen, denn Besitzer ist nicht die katholische Kirche, sondern die holländische Steuerspargesellschaft, wie sie da steht, BRD Domkloster Kolonie BV. Ist also nicht Teil des kirchlichen Vermögens. Ist damals sehr darüber gestritten worden, ob das korrekt ist, wenn die katholische Kirche sich an Steuerspargesellschaften beteiligt. Und da hat dann der General WK Feldhoff gesagt, ich kann tun und lassen, was ich will. Immer kriege ich Prügel. Die Bedingung war, dass wir diese Gesellschaft kaufen. Ohne die hätten wir das Gebäude nicht bekommen, weil wir nicht die Gesellschaft gekauft hätten. Und es war klar, wir gehen damit in dieses Steuersparmodell rein und zahlen 2 Millionen weniger Steuern, als es in Deutschland nötig gewesen wäre. Und wenn es anders gewesen wäre, ich mich durchgesetzt hätte, nein, wir kaufen das Gebäude und zahlen eben diese Steuern, dann wäre ich wieder von meinen internen Kirchenleuten beschimpft worden, wieso ich mit Kirchenvermögen so ohne weiteres umgehe und 2 Millionen bezahle, die wir gar nicht bezahlen brauchen. Also wie man macht, macht man es verkehrt. Das erztbeschriftliche Generalvikariat Marzellenstraße, direkt neben den Kölner ist halt eine Fassade mit einer Durchfahrt. Nur wenn man das Luftbild anschaut, dann sieht man, welches Areal dieses Generalvikariat in einer 1a-Lage direkt neben dem Hauptbahnhof darstellt. Und für den wird als Vermögenswert angegeben 22 Millionen Euro. Das dürfte wohl nicht reichen. Und das werden wir auch gleich im Folgenden noch sehen, immer die Frontalaufnahme und dann das Luftbild. Und das ist für mich eine große Quelle der Heiterkeit. Jetzt kommen wir mal auf die Tagungshäuser. Da wurde ja angegeben, sechs Tagungshäuser und eine Karte aufgezeigt, die Tagungshäuser des Erzbistums Köln. Und dann zählen wir da einfach mal durch, was da an Tagungshäusern genannt ist. Sechs sollen es sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und elf. Wir stellen also fest, es gibt außerhalb der sechs Tagungshäuser, die das Erzbistum Köln tatsächlich gehört und verwaltet, noch weitere Tagungshäuser von anderen Ordensgemeinschaften, von Laienorganisationen, die dann vom Bistum mitverwaltet werden, die aber erstmal in der Bilanz des Bistums selber gar nicht auftauchen. Aber wenn Sie da stolz zeigen, wie viel haben wir denn, was wir verwalten, dann nennen Sie die, ohne zu merken, dass Sie sich da eine vergebende Lücke geben und etwas verraten, was eigentlich nicht so die Intention wäre. Und für diese Tagungshäuser werden ja 77 Millionen angegeben als Vermögenswert und nun holen wir mal das modernste und neueste heraus, das Maternushaus in Köln und dessen Einzelwert wird mit 44 Millionen Euro bewertet. Also alle sechs Tagungshäuser heißt, 77 Millionen, was angegeben worden war ab vom Bistum, minus die 44 Millionen für das Maternushaus, dann bleiben übrig für die weiteren fünf Gebäude 6,6 Millionen pro Gebäude als Vermögenswert. Um mal so die Größenordnung des Maternushauses noch mal so zu zeigen, das sind so die Bilder und das ist hier das Maternushaus, den Bereich und es hat ein Volumen von 63 Zimmern, 13 Tagungsräumen, Restaurant und 6 Räumen bis 320 Gäste. Aber nehmen wir mal 63 Zimmer als Größenordnung. Jetzt gucken wir uns mal das nächste Tagungshaus an, das sogenannte Kardinal-Schulte-Haus. Sieht auch nicht schlecht aus, hat eine gewisse Breite und jetzt zeigt die Luftaufnahme, das ist schon ein ziemliches Gebäude, was da ist. Und statt 63 Zimmer haben die auch 110 Doppelzimmer. Das ist also beinahe das Doppelte an Größenordnung des Maternushauses, aber wie war der Durchschnittspreis? 6,6 Millionen oder Durchschnittsvermögensangabe. Oder hier das Katholisch-Soziale Institut ist also eine kleine Einrichtung und wenn wir wieder mal das Luftbild gucken, dann staunen wir nicht schlecht, wirklich, wie groß dieses KSI, Katholisch-Soziale Institut ist, hat die gleiche Größen, aber 58 Doppelzimmer, 57 Einzelzimmer, 173 Gäste, 14 Tagungsräume bis zu 200 Personen. Oder ein weiteres Beispiel, wir haben ja die Tagungshäuser, das Tagungshaus Maria in der Aue und wieder das Luftbild, also man muss sich einfach eine Drohne anschaffen, um da die besseren Bilder zu bekommen, da sehen Sie die Gesamtanlage mit Park und alles, was dazu gehört, mit 73 Doppelzimmern, 14 Einzelzimmern, 160 Personen, 12 Konferenzräume und soll auch nur 6,6 Millionen kosten. Und dann noch ein weiteres, Stella Maris, sieht ja auch ganz bescheiden aus, so war da wie ein Wochenendhaus und das ist die Gesamteinlage an der Nordsee, ist doch ein recht großer Komplex, mit 144 Betten, zwei Häusern, sechs Tagungsrund und Speisesaal bis 140 Personen. Und so als Schluss, das Edith-Stein-Exerzitienhaus, sieht man so oben auf dem Berg, bisschen so kleine Anlage und was es tatsächlich ist, sagt uns wieder auch das Luftbild, es ist ein gesamter Komplex, also ein Schloss sozusagen oben auf dem Berg mit 40 Zimmern, sieben Konferenzen, Meditationsräumen, drei Speiseräumen bis 72 Personen. Soviel zu den Tagungshäusern. Also da ist noch viel Luft als Vermögenswert mit vorhanden. Jetzt gucken wir uns die nächste Kategorie an in den Finanzbericht, die 227 Wohn- und Geschäftsimmobilien. Die Gesamtbewertung lag dabei 86 Millionen Euro, das heißt durchschnittlich pro Projekt 310.000 Euro. Ich weiß gar nicht, wofür man heute 310.000 Euro bezahlt, das ist glaube ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder Drei-Zimmer-Wohnung, so in der Größenordnung. Kommt drauf an, wo in Berlin, in München oder in Krefeld, da sind die Preise sicherlich sehr unterschiedlich. Und da gucken wir uns mal an, welche Immobilien gehören denn dem Erzbistum nachweislich. Das ist in Köln in der Hohenstraße 121 bis 131 das Gebäude, in dem der Mediamarkt untergebracht ist. Das Gebäude hat einen Wert von 310.000 Euro. Ich bring es nur immer wieder in der Rennung. Oder es ist in Köln die Schildergasse, also das komplette Gebäude. Oder es ist auch ein Stück weiter in der Schildergasse dieses Gebäude, wo C&A drin ist. Und Sie merken schon, es sind alle solvente Mieter, die da drin sind. Große Firmen, wo man weiß, die gehen nächstes Jahr nicht pleite oder ziehen aus oder sowas heraus, sondern die gibt es schon seit Jahrzehnten und die wird es auch noch Jahrzehnte geben. Das sind angenehme Mieter. Oder hier in Köln die Schildergasse 10, das ist dieses Gebäude hier, auch ein Gebot mit 310.000 Euro. Oder hier sehr schön die Sternstraße in Bonn. Und da hat der Express mal gesagt, wir machen überall mal ein Kreuz an die Häuser, die der Kirche gehören, damit das ein bisschen deutlicher wird, welcher Besitz da ist. Und das hat der Express dann mal gemacht, eben mit dieser Sterngasse und anderen Dingen zum Beispiel und hat so eine Übersicht gemacht. Am Hof 28 ist Leerstand, also hat jetzt kein Mieter, da kommt aber der Münsterplatz, da ist der Mieter Starbucks. Dann kommt die Poststraße 23 bis 27, Mieter ist Karstadt. Dann kommt unten die Sternstraße, die wir gerade gesehen hatten, mit den Gebäuden und da sehen Sie, dass die alle einen Durchschnittswert haben von 2,8 Millionen, 1,6 Millionen, 1,8 Millionen und so weiter. Also von wegen 310.000 Euro pro Projekt, das ist also nicht so. denn das wäre insgesamt ein Wert mal 14, was hier aufgelistet ist, sind 14 Immobilien mal 310.000 Euro, wären 4,3 Millionen und wenn wir nur diese Zahlen zusammenrechnen, die dort tatsächlich stehen, dann sind es 99,8, also 100 Millionen Euro, das ist mehr als das 23-fache, was vom Ärztesstum selber als Vermögenswert angegeben wird. So, und dann gehen wir nochmal rüber kurz nach Düsseldorf. Ja, und gucken mal an, was ist denn da so in der Königsallee an Objekten, in der Nummer 17 ist der Mieter Aberkombi, in der Nummer 72 Armani, in dem Haus Nummer 76 H&M, im Haus 78 Esprit und in der Schadostraße, die Nummer 77 ist C&A und in der Flingerstraße, in der Nummer 36 Madonna und in der Nummer 58 Tamaris. Auch da sehen wieder eine Auswahl exklusiver großer Firmen mit langfristigen Investitionsinteresse, also Säulwende Mieter, wo man kein Risiko eingeht. Und dazu schreibt dann der Express, der Verkehrswert des Düsseldorfer im Immobilienbesitz, an der neben anderen Bistümern auch das Erzbistum Köln beteiligt ist, beträgt genau 220 Millionen 480 000 Euro. Alles gekauft in den vergangenen sechs Jahren. Und was damit gemeint ist, ist diese Firma, das ist der Aachener Grundfonds Nummer eins, der speziell Immobilien in 1A-Lagen kauft, als eben langfristige Interessen, Investitionsgrundlage, Vermögensanlage und der eben außerhalb aller Haushaltspläne und Vermögensrechnungen läuft. So, jetzt gucken wir uns mal den Kölner Dom selber an, und zwar den Kölner Domschatz. Und dazu heißt es, schon seit dem 9. Jahrhundert ist für den Kölner Dom ein kostbarer Kirchenschatz bezeugt. Zunächst in der bereits 2012 erwähnten Goldenen Kammer aufbewahrt und zeitweilig öffentlich gezeigt, wurde der Domschatz Mitte des 19. Jahrhunderts in Räumen des nördlichen Querhauses erstmalig museal ausgestellt. Und dort gibt es 500 Quadratmeter kostbare Reliquare liturgische Geräte und Gewänder Insignien der Bischöfe und Domgeistlichen vom 4. bis 20. Jahrhundert. Aber der Finanzdirektor alles irrelevant alles was an Zahlen genannt wird ist ein spekulativer Wert denn seine Beteiligungen stehen ebenso wenig zum Verkauf wie das Kulturerbe des Kölner Doms. Und nach der Logik was nicht zum Verkauf steht hat doch keinen Wert. So einfach ist das. Ach sie haben da vergoldbaren die sind nichts wert die will ich ja nicht verkaufen. Er sagt der Finanzdirektor welchen zusätzlichen Nutzen die Aufaddierung obskurer Wertansätze für Kunstgüter angeblicher stilleren Reserven von Kirchen und anderer vermeintlich erreicht überbringt bleibt ein Geheimnis. So sagt der Beitrag wenig über die Kirche aber viel von der Geldfixierung jener die sich nicht vorstellen können dass man Werte auch anders definieren kann als in Geld. Gucken wir uns mal so paar irrelevante Beispiele an also hat ja alles keinen Wert das sind so paar Beispiele aus der Domschaftskammer oder hier ein Kreuz Reliqua im 12. Jahrhundert auch nichts wert oder der Schrein des Heiligen Agilophus Silber Bronze Metall vergoldet Edelsteine oder hier das Schrein des Heil Eckberg 633 Silber teilweise vergoldet oder Epitaph des Jakob von Kreuz 1518 Bronze vergoldet Tja das ist eine spannende Frage Da sie keinen Wert haben bräuchte man sich ja auch nicht zu versichern sie spielen das Beispiel des Notre Dam an da müsste die Kirche das an den ganz geschickt machen und die ganze Domschaftskammer dem Land NRW schenken denn dann müsste das Land NRW das versichern denn auch bei Notre Dame hat die katholische Kirche jegliche Beteiligung an den Kosten des Wiederaufbaus abgelehnt weil Notre Dame gehört alle wie Kirchen vor 1905 dem katholischen Staat und deshalb hätte die katholische Kirche mit dem Wiederaufbau finanziell nichts zu tun ist eine Logik so gucken wir uns nochmal an Finanzträger Vermögen des Erzbistums und des erzbistlichen Stuhls Grundstücke Wertpapiere Kassenbestand weiteres und das Erzbistum selber nennt eine Summe von 3,35 Milliarden Euro Millionen Euro in seinem Finanzbericht und nur an den Beispielen der Immobilien haben wir gesehen da ist noch ganz ganz viel Luft drin so jetzt gucken wir noch mal ganz kurz und Sie sehen auch mein Stapel wird immer kleiner den ich hier umblättere das Erzbistum München Freising an damit es nicht nur in Köln hängen bleibt und da sehen Sie die verschiedenen Posten die vom Erzbistum München Freising angegeben werden und im Finanzbericht 2015 sind es 3,3 Milliarden und wenn wir mal eine vorsichtige Schätzung machen eine erste Annäherung dann sind es 5.800 Gebäude die dem Erzbistum gehören und wenn wir sagen das Mindeste ist eine Million das ist schon an der unteren Kante geschätzt sind das 5,8 Milliarden nur an Immobilien Vermögen 22 Schulen à la Köln 9,7 Millionen 213 465 Kitas eine halbe Million 223 Millionen 1200 Kirchen 300.000 Euro 360 Millionen auch Kirchen haben einen Verkaufswert was immer bestritten wird es werden zunehmend auch wenn es noch keine allzu großen Stückzahl sind Kirchen profaniert und für andere Zwecke genutzt besonders beliebt sind diese ehemaligen Kirchen bei Architekten da könnt ihr ihre Modelle so wunderbar im ehemaligen Kirchenschiff aufhängen und präsentieren das lieben die Architekten und diese ehemaligen Kirchen werden das ist so eine Durchschnittszahl zwischen 300.000 und 900.000 Euro heute verkauft also haben sie auch einen tatsächlichen Vermögenswert wo man immer sagt Kirchen haben keinen Vermögenswert das stimmt einfach nicht also das ist dann 5000 Hektar Wald 15.000 Hektar 15.000 Euro pro Hektar 75.000 Millionen weiterer Grund und Boden weiß keiner an Wertpapieren werden angegeben 2,3 Milliarden Euro das wäre eine Summe von 9 Milliarden Euro überschlagsweise das Erz 8,9 also 9 Milliarden Euro und der Finanzbericht 2015 nennt 3,3 Milliarden Euro also nur nach einer ehesten vorsichtigen Schätzung ist der Vermögenswert um das Dreifache höher vom Erzbistum München und da guckt man mal an was für Immobilien das sind das ist hier zum Beispiel das Ordinariat was wir vorhin schon gesehen hatten das ist der gesamte Komplex hier von hier oben und darüber das ist das Gesamtkomplex oder es ist in München in der Kapuzinerstraße das Institut zur Förderung des publizistischen Nachwuchses da werden also die ganzen katholischen Journalisten ausgewählt oder es ist hier Casa St. Pio der Zehnte in Rom der Kaufpreis war 9,7 Millionen Euro die Umbaukosten 4,1 4,3 Milliarden Euro also zusammen 14 Millionen Euro oder da guckt man mal auf so ein besonderes Schmuckstück hier sehen Sie nicht nur wie immer den kleinen Verkitturm sondern das ist das gesamte Areal hier in Domberg zu Freisingern ist heute ein riesiges Bildungszentrum geworden mit verschiedenen Erläuterungen ich will Ihnen nicht einzeln erläutern was da oben alles ist es ist auch einschließlich von staatlichen Einrichtungen so zum Beispiel sind dort ich lese es Ihnen mal vor ein Amtsgericht untergebracht das staatliche Vermessungsamt das staatliche Forstamt das Domgymnasium alles in diesem Komplex in den großen Gebäuden untergebracht und jetzt können wir ja mal rechnen es sind 18 Gebäude die auf jeweils 4 Grundstücken stehen also sind es 72 Grundstücke 1 Euro sind 72 Euro und dann nochmal 18 Gebäude 1 Euro macht 18 Euro 90 Euro hat jemand 100 Euro dabei dann hätte er den Vermögenswert des Dombergs zu Freising in seiner Brieftasche drin oder um noch ein bisschen weiter zu gehen das ist hier die katholische Akademie in München das ist dieser ganze Bereich also das sind alles große Komplexe oder wir gucken uns das mal an Schloss Fürstenried sieht eher aus wie ein Wochenendhäuschen rechts die Fahrräder links die Waschmaschinen und wieder das Luftbild ja nichts von wegen Wochenendhaus das ist ein etwas größeres Grundstück was da zur Verfügung steht oder auch dann in München selber das Priesterseminar in der Georgenstraße und hier das herzogliche Georgianum der Universität München oder kleine Schmuckstücke wie Schloss Syresenis in Schwabing und dort wohnt der Erzbischof Marx als seine interstädtische Residenz das Palais Holstein das dem Bayerischen Staat gehört und für 8 Millionen Steuergeldern gerade renoviert wurde hat er dort dann seinen Sommersitz gehabt und in dem Sinne hatte ich begonnen mit Zeichnungen von Jacques Tilli und damit möchte ich auch da geschließen er hat eine wunderbare Zeichnung gemacht die ich immer gerne zeige die Kirchen schaffen Werte beiseite Applaus ju Applaus Applaus Vielen Dank.